Ihr genießt die letzte Lebenszeit, dann wird die Seele gleich in Helheim sein. Na, seid ihr auf dem Weg in die endlose Lehre und wir feiern laut in Shadys Taverne. Es ist Krieg für Odin, Krieg für Tier, Krieg auf Jördur, ihr werdet verlieren. Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute eigentlich nur mich hier zu sehen. Ich werde jetzt hier keine Einblendung machen, weil das relativ unnötig ist. Also wenn du über das Handy guckst, legst du zur Seite oder einfach Kopfhörer aus. Und könnt mir auch gerne einfach zuhören, da müssen wir mich die ganze Zeit angucken. Es geht hier in dem Video heute um Fürdur. Wir sind jetzt hier so am 11.7., das heißt also ungefähr einen Monat knapp draußen. Und ich würde euch gerne mal darüber reden, was so meine Meinung ist. Und ich würde sehr gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Schreibt es mir sehr gerne rein, wie ihr das seht, wie eure Meinung, vielleicht die guten und positiven Sachen, aber auch die negativen Dinge, die euch so passiert sind. Würde mich alles mal gerne interessieren, wie das bei euch so war. Ja, mittlerweile einige Videos gemacht. Auch viele Livestreams auf Twitch gemacht, wo ihr auch mal sehr gerne eingeladen seid natürlich dazu. Und ja, was ist mein Fazit? Wir fangen mal an. Grundsätzlich muss ich sagen, Leute, ich bin sehr überrascht. Also ich bin wirklich sehr überrascht. Ich kannte ja Fürdur schon so ein klein wenig aus der Mod-Version. Da habe ich es ein bisschen gespielt, nicht so intensiv, aber da fand ich es schon sehr interessant vom ganzen Setting. Ich mag auch nortige Mythologie und es ist ein Genre, was mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefällt. Aber ich war mir nicht so ganz sicher. Ich meine, wir machen mal ein bisschen Real Talk. Ich fand nach Genesis 2 hat für mich ARK sehr abgebaut. Also ich habe Genesis 2 kaum gespielt. Lost war für mich nicht so lange interessant. Ich fand, die Card wurde sehr schnell langweilig. So meine persönliche Meinung. Und Fürdur hat irgendwie so einen Impuls ausgelöst, wo ich sagen muss, yo, ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock, wieder ARK zu zocken. Also ich habe ohne Grund angefangen, auf Twitch zu streamen und der ganze Kram. Das war alles nicht geplant. Ich habe gedacht, okay, es wird eine Karte, das Gleiche in Grün. Man kennt es halt schon. Das ist im Endeffekt das Grundgedanke ist bei ARK, ja, auf allen Karten gleich. Aber irgendwie macht mir Fürdur Spaß. Ich weiß nicht genau, was es 100% ist, aber irgendwie hat das in mir so ein bisschen diesen, ja, diesen Faktor, dass ich wieder ARK spielen möchte, erweckt. Und das auf jeden Fall war sehr überraschend. Also ich habe echt nicht damit gerechnet, dass es so abläuft. Also grundsätzlich sehr schöne Karte. Ja, mir gefällt eigentlich alles. Also es gibt kleine Makel, aber okay, das ist halt immer irgendwas, wenn man sucht, findet man immer. Ich finde grundsätzlich aber trotzdem das ganze Konzept cool. Man hat die Karte, ist nicht ganz so einfach. So ein mittlerer Schwierigkeitsgrad, würde ich sagen, ist jetzt also nicht die einfachste Karte, aber auch wahrscheinlich nicht die schwerste Karte, auch wenn sie schon relativ schwer ist. Der ganze Aufbau mit den Inseln unten links, dann haben wir oben die Insel, die große, wir haben unten die Feuerinsel, also die Vulkaninsel. Wir haben die drei Parallelwelten. Da wäre vielleicht mein persönliches eigentlich einzige Manko wäre, dass man den Portalraum nicht mehr nutzt, weil man ja jetzt das Teleportieren hat. Und der Portalraum eigentlich super schön gestaltet ist und der ganze Gedankengang mir gefällt mit über diesen Raum und dann Teleportieren und so. Aber sehr geil gemacht. Ich finde auch die Unterwelten, die drei, eigentlich gut. Die Besonderung auf eigentlich, ich finde, leider Gottes, verstehe ich einen Gedankengang nicht. Natürlich, warum wurde Belia auf die normale Fjördokarte gesetzt und nicht nach Wannerheim? Weil man reist für den Steinbjörn nach Hüttumheim, für Hathur und Skoll nach Asgard und warum gehe ich nach Wannerheim? So, wisst ihr, was ich meine? Hätte ich mir irgendwie Belia dahin gewünscht, weil eine Biene, Baum, hätte man irgendwie ja so machen können, dass sie irgendwie ein Nest am Weltenbaum irgendwo sich da gemacht hat. Und halt in Wannerheim chillt, weil man hat ja auch Fjördokarte selber, hat man ja im Endeffekt Affe, Drache, Spinne, Theorisch und Fenrir. Und wenn man halt noch einen kleinen Weltboss hätte haben wollen, hätte man ja sagen können, okay, man macht noch einen weiteren Weltboss auf die Hauptkarte, den man irgendwie einbaut. Keine Ahnung, ich bin jetzt in der Nordischen Methodologie nicht ganz so tief, ob es noch irgendwas rumfliegendes, rumlaufendes gibt, was man halt einfach als Weltboss hätte einführen können. Aber das fand ich ein bisschen schade. Also das ist wirklich eine Sache, die mir nicht so gefällt, weil dadurch ist halt Wannerheim irgendwie für mich persönlich so super uninteressant. Also ich glaube, da war ich am wenigsten und werde vielleicht auch am wenigsten da sein, weil das gibt auf mich keinen Pluspunkt. Die Dinos, ja, hm, Weiband Gift, naja, Gatchas gibt es auch auf Asgard. Ich weiß nicht, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, warum ihr Wannerheim besucht, würde mich mal sehr interessieren. Das ist für mich halt, ja, einer der wenigen Mankos auf jeden Fall. Man hätte vielleicht einen Wasserdino reinbringen können, einen Wasserboss, hätte man den Wasserkontent interessant machen können, aber das ist auf jeden Fall eher ein anderes Thema. Das ist eigenes Video wert. Was fand ich sonst noch geil? Ich finde, was mir die Karte gibt, ist übelst, übelst das Abenteuerding. Für mich ist ja arg zum Beispiel ein Spiel, ähm, ich spiele es gern mit Herausforderungen. Wenn ihr meine Streams kennt, ich nutze nicht mal alle Bonis, die es gibt. Ich versuche mir oft immer ein paar kleine Mini-Challenges zu machen, manche Dinge nicht so zu machen, wie man sie vielleicht machen könnte. Um es ein bisschen schwerer zu haben. Und, ähm, viele Karten, ja, sagen wir mal zum Beispiel Lost, ja, sauviele Artefakte, wo Lost ging ja auch noch, aber ich sage mal die vorigen Karten, Crystal zum Beispiel, ähm, sehr viele Artefakte, aber alle liegen irgendwo rum. Brauche ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich fand das ganz geil, wie es jetzt bei Fjördo ist, fast jedes Artefakt ist irgendwo in einem einigermaßen schweren Dungeon. Ähm, das Labyrinth oder auch viele andere Dinge. Man muss sich ein bisschen vorbereiten, ein bisschen reingehen, das Ganze entdecken. Klar, ist ein bisschen serverabhängig, wenn ihr natürlich super krass geboostete Tiere habt. Ja, ist wahrscheinlich alles einfach, aber der Grundgedanke gefällt mir sehr gut. Und auch dieser Aufbau. Ähm, töte Alphas, dann bekomme Runensteine. Mit Runensteinen tust du die drei Weltbosse beschreiben, wo du die Welt bereisen musst. Ähm, wenn du die Relikte der Weltbosse hast, dann musst du noch die Artefakte aus den Dungeons holen. Und dann kannst du damit die drei der Islandbosse besiegen. Und wenn du die drei der Islandbosse besiegt hast, dann kannst du den Fenrir holen. Grundsätzlich super geiler Aufbau. Dieses Pyramidensystem immer weiter nach oben, jeder Schritt verbindet irgendwo. Und man geht einfach, ja, weiter hoch. Äh, wenn man mal normal betrachtet auf jeder anderen Arktkarte, dann sammelst du Artefakte, ein paar Dino-Opfergaben und gehst zum Boss und fertig. Ja, und das hast du halt bei Für, du hast einfach einen richtig geilen Aufbau, der nach oben geht. Und ich würde mir wünschen, dass dieses Konzept, wenn vielleicht zukünftige Mod-Karten rauskommen oder vielleicht doch noch eine Arktkarte rauskommt, dieses Konzept beibehält, weil ich finde, es macht einfach viel mehr Spaß, es macht viel mehr Sinn, das da hochzuarbeiten. Gerade für mich, ich bin halt schon ein Züchter und der ganze Kram als PvE-Lehrer, aber trotzdem mag ich irgendwo gerne Content. Und, ähm, das finde ich, wie gesagt, das ist eins meiner größten Pluspunkte, was Für, du angeht. Die neuen Dinos, ähm, muss ich sagen, ja, also Desmodus auf jeden Fall ist, glaube ich, ich weiß nicht, zumindest wurde sie aktuell noch nicht genervt. Ähm, das beste Tier, finde ich, in ARK, also vom Nutzen her aktuell mein Lieblingstier. Ähm, der Für, Torg, ja, grundsätzlich geile Idee. Äh, ich meine, klar, PCler haben da Mods für, die machen das wahrscheinlich schon Ewigkeit nicht, seine Loot-Safen. Aber der Für, Torg hat auf jeden Fall viele Gameplay-Aspekte mit reingebracht, die man vorher nicht genutzt hat. Äh, gerade in den Streams hat, ich weiß gerade mehr, sorry, wer es geschrieben hatte, aber für dich angesprochen, wenn du hier das Video guckst. Nehmen wir an, man hat einen Für, Torg dabei. Du läufst in den Dungeon und bist am Arterfakt angekommen und hast keinen Bock zurückzulaufen. Nehm einfach ein ganzes Polymer mit und töte dich einfach. Und dein Für, Torg bringt dir deinen Loot nach Hause. Ist ein Aspekt, den man vorher noch nicht betrachtet hat. Ähm, könnte man jetzt so spielen. Man müsste gewisse Wege nur noch einmal laufen und nicht zweimal laufen. Ähm, ob das gut ist, ist eine andere Sache. Ähm, vom Taming muss ich sagen, ich finde den Für, Torg nicht so toll. Ich finde die Mechanik ist irgendwie noch so, ich finde sie nicht gut. Gerade auf Servern, wo das Taming halt auf Standard oder relativ niedrig ist. Ich weiß es nicht, Leute. Ich sag's glaube ich jedes Mal in dem Video. Also es ist für mich wie so ein Taubenschwarm. Die gehen mir super auf den Sack. Das ist so ein Dino, den, da verzweifle ich manchmal dran. Der geht mir, der nervt mich, ohne Mist. Ähm, der Andrew Sarkus finde ich grundsätzlich geil. Wie gesagt, schon mal im anderen Video gesagt. Ich finde leider schade, dass er irgendwie nicht großartig farmen kann. Obwohl in seinem Dosier steht, dass er Siliziumperlen farmen kann. Aber es ingame nicht kann. Keine Ahnung, ob es ein Bug ist, ob es einfach vergessen worden ist, ob es gewollt ist. Keine Ahnung. Ähm, finde ich ein bisschen schade. Was haben wir noch? Der Fenrir habe ich noch nicht so stark genutzt, privat. Also klar, für Videos und so. Äh, ich müsste mal ausprobieren, ob er wirklich sich funkt, ob er sich lohnt. Ob gerade dieser Dyerwolf-Buff, den er noch gibt. Äh, ob das falsche Kombinationen Spaß macht, ob es keinen Spaß macht. Das müsste ich echt mal ausprobieren. Da kann ich noch nicht viel zu sagen. Habe ich jetzt regulär mir noch nicht erspielt, den Fenrir. Wir sind noch relativ, ja, im Early-Mid-Game. Ähm, auf Twitch auf jeden Fall am Spielstand. Sonst, Leute. Ähm, gab es irgendwas anderes, Leute, auf der Karte? Ja, die Gebiete, geil. Äh, die Unterwelten, ja. Also auch noch mal die Unterwelten selber. Asgard, finde ich von der Optik am schönsten. Den Spawn verstehe ich nicht so ganz, teilweise. Weil du hast sehr, sehr viele Mammuts zum Beispiel, wo ich die Mammuts eher nach Jötumheim gepackt hätte. Weil, naja, Eisgebiet und Mammut passt, finde ich, besser zusammen. Ich weiß nicht, ich finde, Asgard gefällt mir vom ganzen Optischen. Aber einige Dino-Spawns gefallen mir irgendwie nicht so. Also ich hätte vielleicht eher auch Agentavis und so da eher weggepackt. Und ich hätte in Asgard vielleicht eher so ein bisschen, ich will nicht sagen, fabelmäßiger reingepackt. Aber vielleicht so, die Griffins hätten dahin passen können zum Beispiel. Äh, Tapicharas zum Beispiel hätten da auch gut hingefasst. Also ich finde, Asgard wirkt für mich so ein bisschen mehr magisch. Ist ja, wenn ich es, glaube ich, richtig genau habe, ist ja Asgard der Sitz der Götter. Oder zumindest da, wo die auch alle wohnen und so. Ähm, wenn ich es jetzt richtig aus Thor interpretiert habe. Ähm, und ich finde, das Gebiet hätte eher so ein bisschen übernatürlicher sein können. Wisst ihr? Basilisken, Griffins, ähm, sowas hätte ich mir eher an Asgard gewünscht, als vielleicht Mammuts und Agentavis oder Edons und Tiere, die ich mir eher in das Schneegebiet gewünscht hätte. Ähm, vom Spawn her. Ja, so ein bisschen aber auch, wie gesagt, eher meine Meinung. Ähm, ja, hätte man umbauen können. Im Jötumheim war ich auch noch nicht so oft unterwegs. Kann ich auch nicht ganz genau sagen, wie das exakt spielerisch ist. Da war ich so oft, da ist die Kälte mir noch so ein bisschen das Problem. Und ich sehe aktuell für mich keinen Aspekt außer den Steinbjörn. Ähm, auch da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Specials reinpacken können. Obwohl aber der Steinbjörn eigentlich schon genug ist. Weil wenn man nichts an diesem Gebiet mag, muss man halt trotzdem rein. Und das finde ich eigentlich schon wieder ganz gut. Ich mag das, wenn man halt Gebiete, ähm, durch spielerischen Zwang interessant macht. Eigentlich ganz gut, weil so erkundet man die Welt ein bisschen mehr. Wie gesagt, bei Wannerheim, ja, es ist mir sehr undurchsichtig. Also ich finde, in Wannerheim komme ich sehr schlecht zurecht. Alles so ein bisschen wild und ich finde irgendwie kaum immer zurück. Und wie gesagt, auch der Spawn, ich weiß nicht. Ich hätte mir da ein bisschen mehr gewünscht, ähm, was man da so reingepackt hätte. Also, ich weiß es nicht. Ich wüsste zwar gerade nicht, was. Eines, was meinen Fall würde, wenn man vielleicht so einen verstorbenen Teil gemacht hätte, wo so Bloodstalker zum Beispiel gewesen wären. Aber das wäre so eines, was mir gerade aus dem Stehgreif jetzt so einfällt. Ähm, bevor Leute schreiben, ich weiß, in Asgard gibt es Fadelwesen. Ja, wir haben den Shadow, wir haben Gatchas, wir haben Rockdrakes in Asgard. In Asgard, das war wie immer schon bewusst. Aber ich hätte trotzdem mir Asgard eher so ein bisschen Fantasy-mäßiger gewünscht. Ja, was haben wir denn noch, Leute? Ähm, wir haben eigentlich jetzt die, achso, die Unterwasserwelt. Unterwasserwelt finde ich in Fjördo sehr geil. Deswegen finde ich es schade, dass es da kein Wasserboss gibt. Weil man hat sehr geile Höhlen, man hat sehr geile Spots, man hat so Sachen wie die Lunar-Höhle gemacht, die auch mega geil ist, Leute. Guckt es euch mal an, wenn ihr noch nicht da drin wart, schaut mal gerne ein Video dazu an. Ist schon geil. Lunar ist einer meiner Favorite-Spots auf dieser Karte. Ähm, hätte ich mir, wie gesagt, ein bisschen mehr halt gewünscht. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht in der nordischen Mythologie, ob es da großartig Wasserwesen gibt, gegen die man hätte kämpfen können. Deswegen, ja, ähm, ist okay. Kommen wir mal zu einer Sache, die ich sehr schade finde. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, auch da eure Meinung gerne in die Kommentare. Das war, ich glaube, das letzte Mit-Thema in diesem Video, sonst wird das zu lang. Und Mölnir. Ich finde den Grundgedanken super geil. Aber ich finde es nicht gut umgesetzt. Weil für mich ist das Problem, du musst alles in Ark machen, um diesen Hammer zu bekommen. Alles. Wofür brauche ich ihn dann? Wisst ihr, was ich meine? Ich bin so ein Spieler, wenn ich alles einmal habe, dann ist irgendwann dieser Punkt, wo ich auch sage, okay, ich habe es halt einfach durch. Und, ähm, ich wüsste nicht, wer hätte wirklich jeden Boss auf Alpha und alles entdeckt und alles erkundet habe, ob ich da wirklich den Hammer bräuchte. Ich hätte es vielleicht so gemacht, meine persönliche Meinung nur, ich hätte den Fenrir nicht zum Endboss gemacht. Ich hätte den Fenrir vielleicht zu einem vorherigen Boss oder irgendwie anders da aufgebaut. Vielleicht Affe, Brutmutterspinne raus, Fenrir als Boss rein, eine riesige Death-Modus als Boss rein und vielleicht irgendwie einen Andrusarkus oder einen Fjordhawk als Boss rein. Wisst ihr, so einen großen Varianten, so wie der Fenrir, halt nur mit den neuen Tieren. So wie eine Federmaus-Boss hätte ich geil gefunden. Ähm, und als Endboss hätte ich mir sowas gewünscht wie Odins Prüfung. So ein bisschen Tech-Cave-mäßig, wie auf der Island. Man hat so mehrere Abschnitte, wo man vielleicht durch muss. Und ich hätte mir da ein bisschen die Gameplay-Mechanik von Genesis 2 gewünscht. Nämlich, man bekommt auf Gamma, Beta und Alpha am Anfang der Mission Mölnir. Ja, er liegt am Boden, ihr hebt ihn, ihr werdet bis hin zum Donnergott, so ein bisschen auf wie es halt aufgebaut ist. Und ihr müsst diese Mission mit Mölnir in euren Dinos spielen. Vielleicht so ein bisschen over the top, dass da irgendwie mega Dino-Wellen kommen. Ihr haut mit dem Hammer dahin und, wisst ihr, so ein Gefühl, dass man eine Konsole anfängt zu weinen, wenn ich das Spiel spiele. Ähm, und am Ende besiegt man irgendwie, ich weiß nicht, was man genau besiegen würde, was man da eingebaut hätte bei Odins Abenteuer, äh, Odins Prüfung. Vielleicht, dass da wirklich die Arc-Bosse kommen, nochmal irgendwie so als ultimativer Test, ja. So ein bisschen wie diese Überlebensmission. Ähm, und wenn ich den auf Alpha geschafft habe, den Hammer zu bekommen. Gar nicht die anderen Bedingungen. Oder von mir aus auch die 200 Runen. Von mir aus macht Dino mit rein. Aber, dass man auch sagen kann, okay, ich nehme den Hammer mit, um halt einfach meine weiteren Arc-Erfahrungen zu machen. Zu anderen Bosskämpfen vielleicht, damit interessant werden. Hätte ich besser gefunden. Aber nur meine persönliche Meinung. Hätte man mehr halt vom Hammer gehabt. Weil ich gehe von aus, dass gefühlt ein Prozent der Spieler den Hammer benutzen werden. Die meisten werden ihn wahrscheinlich nie in der Hand haben, ja. Und so hätte man zumindest sagen können, man hätte ihn halt benutzen können. Ja, also Leute, abschließendes Fazit. Ist Fjördo für mich die beste Karte? Ja. Also Nikatos hat da mega Arbeit gemacht. Mega Respekt an der Stelle, auch an ihn. Ähm, und auch vielen Dank für die Mühe, für die Zeit, für das ganze Durchdenken, das ganze Ausarbeiten. Richtig krass. Also mit Abstand einfach Platz Nummer 1, Leute. Der besten Arc-Karten, die rausgekommen sind. Ja, offiziell released. Ähm, mal sehen, was die Zukunft bringt. Er arbeitet ja gerade an der weiteren Karte. Svartalfheim. Auch da, wenn ihr zu Infos haben wollt, werden wir hier auf dem Kanal weiter immer das Ganze auch supporten. Ähm, Videos zu bringen, sobald es News über alles gibt. Wird es hier auf dem Kanal geben. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, schreibt mir mal in die Kommentare, was ist eure Meinung zu Fjördo? Würde mich mega interessieren. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns. Schönen Tag noch. Ihr wisst, Abo, Like nicht vergessen. Kommentar für den Algorithmus. Könnt reinschreiben, was ihr möchtet. Äh, und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Bis denn. Ciao. Schaut gerne auf Twitch vorbei. Das streamen wir regelmäßig. Bis denn. Ich weiß, das war's, aber bleib am Start. Zocken wir noch ne Runde Survival-Ark. Oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Klären Updates und News, leicht und smart. Haben zu jedem Problem mein Guide parat. Wenn's dir gefällt, wär ein Abo und ein Like echt stark.